Musik Wie war denn der Dreh mit so einem internationalen Team? Das war aufregend, weil das natürlich anders ablief als gewohnt. Und meistens habe ich natürlich in Deutschland gedreht, auch einige Male schon im Ausland. Hatte ich das Glück, aber dann ist man trotzdem nur mit einer Sprache befasst meistens. Und jetzt war das so international, dass am Set wirklich, weiß ich wie viele, acht, zehn Sprachen gesprochen wurden. Fast ganz Europa war dabei. Dann Hongkong-Kantonesisch wurde auch noch gesprochen. Also das war wirklich unglaublich vielseitig. Und ich habe das als große Bereicherung empfunden, weil wir einfach alle so verschiedene Blickwinkel haben. Und alle voneinander lernen können und uns gegenseitig inspirieren. Und ich fand es vor allen Dingen wahnsinnig toll, gemeinsam, so unterschiedlich wir sind, gemeinsam etwas zu erschaffen. Und nicht zu verzagen vor Unterschieden, die uns ausmachen. Oder zu suchen, ist der anders, das gefällt uns nicht, ich bin ja so. Sondern wir haben nach Gemeinsamkeiten gesucht. Und ich finde, so sollte man durchs Leben gehen. Das schafft Toleranz und Freude. Und dann ist ja die Besonderheit jetzt auch bei 1899, dass ihr mit dieser Stagecraft-Technik gearbeitet habt. Wie war denn das so, auf so einem, naja, fast realen Boot zu drehen? Ja, das war aufregend. Das war unglaublich, was für eine Illusion da erschaffen werden kann durch dieses Volume, durch diese neue Technik. Mit den LED-Bildschirmen, die hinter uns waren. Denn man hat sich dann wirklich gefühlt wie auf dem Atlantik oder wie auf einem großen Schiff. Und selbst wenn wir da nur standen und die Bühne war fix, aber die Wellen wogten die ganze Zeit hinter uns. Man hat eine halbe Stunde rausgeguckt, dann war man wirklich schwummerig danach und dachte sich so, werde ich jetzt eh krank oder so. Also das war eine tolle Illusion, die uns beim Spielen natürlich unheimlich hilft. Weil wir anders als vor der Greenscreen dann wirklich einen Effekt auf uns haben, den wir benutzen können. Und nicht die Fantasie so bemühen müssen, uns immer vorzustellen, ich bin jetzt eigentlich im Wald oder ich bin eigentlich auf dem Schiff. Sondern man kann sich fokussieren auf andere Aufgaben, die ja auch wichtig sind. Und Jantje und Bo, du hast ja jetzt schon einmal mit den beiden zusammengearbeitet für Dark und jetzt nochmal bei 1899. Was macht denn ihre Art so besonders? Ja, ich kann sie gar nicht genug abfeiern. Das sprengt jetzt auch den Rahmen eines schwarzen oder roten Teppichs. Man kann ihnen einfach, und das ist besonders, man kann ihnen blind vertrauen. Ich vertraue ihnen blind. Sowohl Jantje, was die Geschichte anbetrifft, sie hat immer die Zügel genau in der Hand. Und bei jedem kleinen Pfad, auch bei jedem kleinen Umweg, den sie links oder rechts schlägt, weiß man, sie wird in jedem Fall auf den wichtigen Punkt zurückkommen. Auch wenn der erst Wochen später gedreht wird, auch wenn er erst drei Episoden später in der Serie passiert. Und das ist atemberaubend. Und Bo ist am Set eine Instanz, eine feinfühlige. Und vor allen Dingen ist er in der Lage, blitzschnell ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Ohne groß nachzudenken. Und zwar treffsicher. Und das ist eine große Qualität. Da stellt sich mir natürlich die Frage, genau wie bei Dark. Wisst ihr, oder wusstest du damals schon, wie die Serie ausgehen wird? Oder bleibt das auch für euch als Schauspieler und Schauspielerinnen offen? Also bei Dark kannte ich die erste Staffel. Da hat die letzte Folge noch ein bisschen gewartet, deswegen wusste ich nicht von vornherein alles, kam dann aber sehr schnell nach. Und dann jeweils die weitere, die nächste Staffel, immer ganz. Aber ich wusste nicht, wie es dann ganz am Ende aussehen wird und in der jeweils folgenden Staffel. Genauso ist es hier. Ich kannte von Anfang an die ganze erste Staffel, die wir jetzt gedreht haben. Und was danach kommt, steht in den Sternen. Okay, naja, vielleicht ist das ja für das Schauspiel besonders wichtig, wenn man dann nicht weiß, wie es ausgeht. Naja, es ist, wenn wir dann, während wir drehen, es ist schon gut auch zu wissen, die ganze Geschichte und all die Bücher von der Strecke A bis Z, die wir dann auch gehen werden. Denn manchmal muss man Dinge integrieren, die später erst entdeckt werden in der Rolle und so. Also um den Überblick zu haben, ist das schon gut, auch das Ganze zu kennen. Aber ich muss jetzt nicht wissen, wo es in der zweiten hingeht. Sieht man dich in der zweiten Staffel? Inschallah, keine Ahnung, toi toi toi. Ich danke dir, das war es schon. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß heute. Herzlichen Dank. Danke.